Aktiv. Feind übernimmt Bravo. Feind sichert Bravo. Tempo anders. Scheißstück Scheiße, ey. Jawohl, wir haben sie. So, Freunde. Uns fehlen, soweit ich weiß, nur noch vier mal drei Abschlüsse. Und dann holen wir uns die Goldtarnung für die Holger 565. Diesmal das Videoformat, habe ich mir mal so gedacht. Jawohl, noch dreimal. Streak voll. Könnte gut werden. Ja, einen noch. Feind sichert Bravo. Wir haben zwei Stilobjekte gesichert. Ich weiß nicht, ich muss benachladen. Wäre das jetzt der Abschluss gewesen? Zurückerobern. Zielobjektarli wird gesichert. Zielobjektarli wird gesichert. Zielobjektarli wird gesichert. Zielobjektarli wird gesichert. Sie lehnen Carli ein. Feind übernimmt Bravo. Feind sichert Bravo. Feind sichert Bravo. Mein Gott. Wir haben einen Rörfer verloren. Verstanden. Longboard 3, 1, das ist bereit. Anstrengung auf 5. Verwünscht ist Ruhe nach unten. Das liegt daneben. Ein Rörfer. Alter, war das knapp. Der Fall hat zwei Stilobjekte erhoffert. Nehmen Bravo ein. Zielobjektarli wird gesichert. Verwünscht hat zwei Stilobjekte besetzt. Wir müssen sie sichern. Wir nehmen Carli ein. Feind übernimmt Bravo. Verstanden. Blauer Raum. Vorrechte, die unterwegen. Alle Stilobjekte sind in feindlicher Hand. Neu formieren und planen. Der holt mich gleich. Wir haben das halbe Feld verloren. Schlagflechter bereit. Wir nehmen Bravo ein. Ha, du Lappen, Alter. Zielobjektarli ist kompromittiert. Achtung, ohne Fall das... Was ein geiles Gameplay gerade. Wir nehmen Alpha ein. Und ich bin letzt... Ja, schuld. Meist übernimmt Bravo. Meist sichert Bravo. Tempo anders. Scheiß Stück Scheiße, ey. Jawohl, wir haben sie.